Das Hotel Konstantin Ostdegrät liegt in Potaras in Südzypern. 44% der Gäste empfehlen das Hotel weiter. Insgesamt haben 125 Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,9 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,5 von 6 Sonnen. Zimmer Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4,2 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 3,9 von 6 Sonnenwert. Service Im Punkt Service wird das Hotel von den meisten Gästen positiv bewertet. Im Durchschnitt werden 3,8 von 6 Sonnen vergeben. Gastronomie Gastronomisch bietet das Hotel in den Augen der meisten Gäste eine zufriedenstellende Leistung. 3,7 von 6 Sonnen lautet die Durchschnittswertung. Hotel allgemein In der Kategorie Hotel allgemein bekommt das Hotel eine mittelmäßige Bewertung. Einige Gäste haben keine Probleme mit dem Zustand und der Sauberkeit des Hotels. Es erhält 3,6 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.